Es ist die Frage Was wir jetzt noch machen? Von denen haben wir schon das Beste geholt allesamt Ja Digga, es gibt jetzt jemanden der bessere Zäune hat als du, was sagst du denn jetzt dazu? Vogel- und Bär-Standbild Schwert Vogelbart Ich brauch echt Medizin Brauch ich mal ganz dringend Ich werde jetzt dieser Viecher haben Los Eva, zeig nochmal was du hast So stark Schokoschniefer Ich weiß nicht wofür das gut sein soll Vor allem wo ist jetzt bitte schon der Schokoschniefer Ich hab jetzt einen Schokoschniefer gekauft Ich hab keine Ahnung was der mir bringt Ich hab grad ein bisschen rum hier Was Dringend mehr Pinatas Ein Badge-Cycle Was ist ein Badge-Cycle Ich kann mich an kein Badge-Cycle erinnern Ich weiß nicht wenn ich jetzt Ja drücke was passiert denn dann Dann würde ich mich erst mal informieren was ein Badge-Cycle ist So Das ist ein Goober Rushberry Was und alles in der Welt ist ein Badge-Cycle Wir haben kein Badge-Cycle Ich hab keinen Plan was ein Badge-Cycle sein soll Ich hätte mal Ich sollte nicht immer Ja drücken wenn ich nicht weiß was das ist Was zum Fick Das ist ein Goober Das ist ein Badge-Cycle Das ist ein Badge-Cycle Da muss aber erstmal ein Nude-Gut gefressen haben Ich hab aber überhaupt kein Nude-Gut drinne Ihr seid lustig Leute Er hat ihn gebrannt Der Dom Ja gut Die kannst du vergessen Die kannst du vergessen Jetzt kann ich mir nicht kaufen Ja Jetzt verpügele ich gleich das Scheiß Teil Tja Boah Boah Zulange er kein Nude-Gut Phrasen kann Ich weiß jetzt nicht wie ich jetzt auf die schnellen Nude-Gut kriegen soll Was haben wir denn da oben drauf Was haben wir denn da oben drauf Ich wüsste nie ob mir das jetzt was bringen würde Ich wüsste nie ob mir das jetzt was bringen würde Hat da gerade einer gefurzt Ich habe ja sehr cool Egal Ich habe den Basen. Also ich versuche gerade irgendwas hier noch zu deichseln, aber ich glaube die Aufgaben werden wir nicht schaffen, sorry, dass ich die angenommen habe, so ich hab die Schnauze voll. So, weg jetzt. So, den Teig noch ein bisschen vergrößert, aber das was bringt, weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir jedenfalls mal ein bisschen aufräumen wieder. Ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung mehr, was ich mit dem Donut machen soll. Wie fast, was meinst du, ach du scheiße. Ja, sonst irgendwelche Tipps? Jetzt nichts, womit ich irgendwas wirklich anfangen könnte. Keine Ahnung Leute, ich hab echt keine Ahnung. Wenn jetzt endlich mal dieser scheiß Donut hier reinkommen würde, ich werd kirre langsam. Jetzt haben wir immer noch die Scheiße hier rumgammeln, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich kann kein Badge-Cycle fangen, Digga. Nix, was mir unbedingt weiterhilft. Wir waren in den letzten Sekunden einer Tulpenblume dabei. So, der Garten wird jetzt erstmal kurz hinten anstehen. Achso, das guckt da raus. Mehr macht das nicht. Okay, interessant. Achso, weißt du was? Pappf! Speln wir mal aus. Brrrr, 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 brrrr. Kann ich das einfach so direkt kaufen, weil ich hab's ja einmal gehabt. Die dann Techno-Mächte noch machen zu lassen und die dann auch zu verkaufen. Das wäre ja nur ne Möglichkeit. Ja, ich glaube, wir haben wir schon, wir haben wir schon. Ach, Entschuldigung. Und dann kannst du sehen, wer wirklich um dich weint. Und ich sag dir, steh auf. Du fragst nur warum. Die haben wir schon. Die haben wir schon. Das ist nichts, wie es war. Nichts, wie es scheint. Und dann kannst du sehen, wer wirklich um dich weint. Alle, die wir jetzt besitzen, da haben wir schon gedödelt. Sonsten, wisst ihr jetzt auch nicht, was ich jetzt noch machen soll. Wie mein Magenkneut. Nichts gephresen. Schön. Ich find das immer auch so geil. Ich feier das immer noch so ein bisschen. Ich hab in ewigkeiten keinen Newt Guard mehr gesehen. Och, Chico. Ähm. Tja, was wir jetzt noch machen könnten. Um noch ein paar Levels aufzusteigen. Und vielleicht mal ein paar neue Veniatos freizuschalten. Also, die kann ich kein Techno-Mächtel machen lassen. Doch, kann ich wohl. Ich kann das ganz wohl. Ach, einen Quackberry müssen die fressen. Ne, ich dachte, die könnten jetzt einen Huhn fressen lassen. Ach, die wollen ja einen Quackberry haben. Ne. 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 Sinn machen könnte, wäre allerhöchstens hier noch reingequetscht. So, macht mal. Dann werde ich nämlich nochmal kurz zu meiner Freundin gehen. Kein Problem, mache ich nicht. Dann brauche ich noch zwei Ballknolz. Fressen bitte. Machen wir einen anderen. Fressen bitte. Ja, lauf du mal durch Wasser. Hat eine Flasche Milch getrunken. Alles, was das Katzenherz begehrt. Ach, das ist Honig, ne? Jawohl. Hier eine. Katze. Hat ein Mausmelon gefressen. Was macht man nicht, um ein paar Levels aufzusteigen, ey? Na, das ist fertig, Digga. Ach, wie süß. Tschüss. Das lasse ich nicht zu. Und hier haben wir auch zu viel. Hier in der Ecke sind zu viele. Ähm, 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 ähm. Jägerin fängt Piñata. Danke. Danke. Ich baue noch ein Mausmelon. Ich baue noch ein Mausmelon. Bessin.